Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Mein Name ist Michael Westkamp, ich bin der Chefredakteur und ich habe für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Wochen gefunden und zwar bis zum 7. Oktober 2013 einschließlich. In unserer ersten Meldung fragt man sich, was macht man in einer Schule außer Lernen? Es gibt Experten, die wissen es einfach besser, was man in einer Schule machen kann. In der Zeit vom Montag, dem 30.09.2013, 19.30 Uhr bis zum 1. Oktober 2013, 6.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gertrud-Bäumer-Gymnasium sowie in ein städtisches Verwaltungsgebäude an der Hindenburgstraße ein. Im Schulgebäude hibbelten und traten die Einbrechere mehrere Klassenzimmer und Bürotüren auf, unter anderem zum Sekretariat, Schulleiterbüro und der Cafeteria. Mit einem vorgefundenen Generalschlüssel öffneten sie weitere Türen. Die Diebe brachen gewaltsam Schränke und Schubwächer auf, durchwühlten sie und warfen Gegenstände auf den Boden. Erbeutet wurden mehrere Beamer, Notebooks sowie Gwargeld. An dem in unmittelbarer Nähe liegenden Verwaltungsgebäude schlugen die Täter ein Fenster ein und traten im Inneren eine Bürotür auf. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie hier nichts. An beiden Tatorten sicherten die Kriminalbeamten die Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Um einen anderen das Einparken zu ermöglichen, lenkte am Dienstag, dem 1. Oktober 2013, ein 61-jähriger Citroen-Fahrer sein Auto in Richtung einer Busspur an der Bismarckstraße. Dadurch musste ein 49-jähriger Busfahrer, der mit seinem Linienbus auf der Spur unterwegs war, eine Vollbremsung einleiten. Eine 11-jährige Schülerin prallte mit dem Kopf gegen eine Abtrennscheibe, die zerbarst. Auch zwei weitere Schülerinnen, 13 und 16 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen. Die drei Mädchen wurden mit dem Rettungsfahrzeug ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Citroen-Fahrer, der zunächst nichts von dem Unfall mitbekommen hatte, konnte später an seiner Wohlanschrift ermittelt werden. Ein 27-jähriger Fußgänger wurde am Samstag, dem 28. September 2013, gegen 1 Uhr nachts an der Lüttringhauser Straße Opfer von Schlägern. Der Mann hatte an der Haltestelle Blume seinen Bus verpasst, als ihn unvermittelt drei bis vier Personen angriffen und zusammenschlugen. Der 27-Jährige musste später im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter konnte er nicht beschreiben. Die Polizei suchte nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Schlägern geben können. Telefon wie immer 0202 2840. Wir haben auch erfreuliche Meldungen. Es gab was ganz Tolles in Remscheid. Wir hatten Besuch von einem berühmten Schlagerstar. Tom Astor war am Freitag, dem 4. Oktober 2013, in Remscheid. Das Möbelhaus Knappstein lud ihn zum zweiten Mal zu einem Jubiläum ein. Vor elf Jahren wurde jemand 50, diesmal 65 Jahre alt. Um 20.30 Uhr legte er auf einer kleinen Bühne los. Und ich gebe zu, die Veranstaltung ist wirklich gut gelungen. Probleme bekam er mit einem Fan, der nicht aufhören wollte, ihn anzulabern. Ich war es nicht. Während der gesamten Veranstaltung ärgerte er sich darüber, dass niemand in der Lage war, seine Playbacks leiser zu drehen. Da half nur eins. Näher ans Mikrofon und lauter singen. Anschließend gab er noch eine Autogrammstunde. Ich darf euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas Knappstein, das ist Annegret Schulte, das ist hier die Chefin in Remscheid und nebenbei meine Schwester. Wir feiern dieses Jahr unseren 65. Geburtstag und dass sich Cowboys und Indianer hervorragend verstehen. Das kann man am besten daran erkennen, dass Tom Astor heute zum zweiten Mal da ist. Tom, komm hoch. Tom, ich habe gerade erzählt, dass ich Cowboys und Indianer seit vielen Jahren hervorragend verstehen. Tom Astor, good of country. So, wir haben jetzt noch genau drei, die grüßen dürfen. Du bist dabei, du bist die Nummer zwei. So, und Nummer drei. So, Schnitt, halb. Wir haben drei gesagt, na jetzt ist Schluss. Aber ihr sollt sehen, Cowboys und Indianer haben keine Berührungsängste und Nähe ist unsere Stärke. Da haben wir alle Spaß da dran. Und Tom, sag jetzt mal ganz kurz eine Begrüßung, bevor du anfängst zu singen. Ich freue mich in Remscheid zu sein bei Knappstein. Das ist ja... Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß miteinander. Ihr steht immer so weit weg. Ihr könnt euch ein bisschen weiter vorkommen. Dann können wir hier eine bessere Stimmung rein. Ja, elf Jahre ist das her. Kann man sich das vorstellen? Nee. Dass ich zum letzten Mal hier... War das an der gleichen Stelle? An der gleichen Stelle. An der gleichen Stelle, genau. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Wir melden uns hier live aus dem Böbelhaus Knappstein in Remscheid. Da müssen wir mal vorbeigucken. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich euch mag. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Ich lebe hier, weil ich euch mag. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr zum Remscheidern-Fernsehen. Mehr dazu gibt es in der nächsten Sendung im Film der Woche. Ganz exklusiv nur hier im Remscheidern-Fernsehen Tele-DMW. Und dann haben sie viel zu singen. Wir kommen zu den Einbrüchen. Unter Ausnutzung eines Müllcontainers als Steighilfe sowie eines aufgebelten Fensters gelangten Einbrecher im Verlauf der Nacht vom Samstag, dem 28. auf den 29. September 2013 in ein Autohaus an der Borner Straße. Mit zwei gefüllten Bargeldbehältnissen traten sie die Flucht an. Im Verlauf derselben Nacht stiegen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Büro an der Haddenbacher Straße. Hier wurden drei Notebooks, ein Monitor, Bargeld sowie ein Autoschlüssel gestohlen. In den frühen Stunden des 30.09.2013 schlugen dunkel, bekleidete Diebe ein Loch in eine Fensterscheibe eines Geschäftes an der Kölner Straße. Obwohl dies ein aufmerksamer Anwohner beobachtete und sofort die Polizei alarmierte, gelang den Tätern die Flucht mit ihrer Beute. Und das waren gebrauchte Handys aus der Auslage. Man sollte nicht Roller oder Motorrad fahren, das ist immer gefährlich. Man weiß ja nie, was andere Autofahrer machen. Eine Ford Fiesta-Fahrerin war am Donnerstag, dem 3. Oktober 2013 gegen 14.30 Uhr auf der Westhauser Straße in Rheinshagen in Richtung Ortsausgang unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild beabsichtigte die 23-jährige Wuppertalerin nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, um zu wenden. Dabei übersah sie einen Kratfahrer aus Düsseldorf, der die Gegenfahrbahn befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wodurch der 53-Jährige von seiner Honda geschleudert wurde. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort zur intensivmedizinischen Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand etwa 6.000 Euro Schaden. Manche Leute beschädigen Autos, ohne besoffen durch die Gegend zu fahren. Ich muss Ihnen sagen, es gibt Stellen in Remscheid, da hätten sie nicht parken dürfen. In der Zeit vom Freitag, dem 4. Oktober 2013, 22 Uhr bis Samstag, dem 5. Oktober, 10 Uhr morgens, trieb in Remscheid ein noch unbekannter Täter sein Unwesen und beschädigte mindestens 27 Fahrzeuge. Die Autos parken an der Fichtenstraße, 5 Autos beschädigt. Haddenbacher Straße, wieder 5 Autos beschädigt. Bismarckstraße, noch 2 Autos beschädigt. Industriestraße, 6 PKWs beschädigt. Und Gräulingstraße, 9 PKWs beschädigt. Was wurde gemacht? Es wurden jeweils ein oder mehrere Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige Tausend Euro. Das zuständige Kriminalkommissariat in Remscheid sucht Zeugen dringend. Zudem werden Geschädigte, die bislang keine Anzeige erstattet haben, gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Und nun schauen wir mal wieder über unsere Stadtgrenze hinaus zu unseren Nachbarn nach Solingen diesmal. Was war denn da los? Am 5. Oktober 2013 machten sich gegen 16.15 Uhr drei Täter im Bahnhof Solingen-Olex an einem Fahrkartenautomat zu schaffen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Nach kurzer Verfolgung konnte ein Täter gestellt werden. Die beiden anderen Kunden flüchten. Sie entledigten sich jedoch auf der Flucht einer Geldbörse mit indischen Rupien, die einem zuvor begangenen Diebstahl zum Nachteil eines indischen Messegastes zugeordnet werden konnte. Bei der Durchsuchung des ergriffenen Täters wurden ebenfalls indische Rupien aufgefunden. Dieser wurde nach erfolgter Vernehmung entlassen. Dem Messegast wurde das Geld und die Geldbörse wieder ausgehendigt. Und jetzt haben wir eine Meldung aus dem Radiobereich für die Mittelwellenfans. Aus den Niederlanden kommt die Meldung. Radio 10 FM, gesprochen Radio 10 FM, sendet nicht mehr länger auf der Mittelwelle 828 von dem Mittelwellensender Heinen-Nord. Der ist abends und im Dunkeln und nachts vor allem sehr gut in Remscheid zu empfangen. Jetzt muss man sagen, es war so. Zum 30.09. hat der Sender den Sendebetrieb auf Mittelwelle eingestellt und sendete eine Woche lang noch eine Schleife. Und zwar mit allen UKW-Frequenzen, die jetzt dem Sender gehören. Und Radio 10 FM sendet jetzt weiter auf UKW. Schade, dass auf der Mittelwelle jetzt noch kein Nachfolger gefunden werden konnte. Hallo liebe Fußballfreunde, es ist mal wieder soweit. Eure Sportzeit im Remscherter Fernsehen, Tele DMW. Wir kümmern uns gleich um den FC Remscheid. Aber vorher muss ich mal den Ermahnfinger zeigen. Es gibt doch tatsächlich Fußballvereine, bei denen geht alles schief. Oder sagen wir mal so, da können sich die Spieler und die Zuschauer nicht benehmen. Das gehört sich nicht, das ist unsportlich. Wir sind ja nicht im Boxkampf. Aber so manche vergessen das. Und dann rollt die Polizei an. Was da passiert ist? Es ist direkt an drei Fußballplätzen an einem Tag passiert. Da ging richtig die Post ab. Ich sag Ihnen mal was. Am Sonntag, dem 29.09.2013, kam es auf drei Remscheider Fußballplätzen zu Gewaltdelikten, die strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen. Zunächst wurde die Polizei um 14.45 Uhr wegen einer Körperverletzung zum Sportplatz Hohensberg gerufen. Hier soll während des laufenden Fußballspiels ein 28-Jähriger einen 23-Jährigen beleidigt und beim Verlassen der Anlage nach dem Spiel mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als das Opfer deshalb zu Boden fiel, trat der Treter noch mehrfach auf den jungen Mann ein und entfernte sich. Die Ermittler stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest. Das war schon mal gut. Und es passierte noch was auf einem anderen Fußballplatz. Da gab es Folgendes. Gegen 15 Uhr wurden wegen einer größeren Schlägerei mehrere Streifenwagen zum Fußballplatz an der Neuenkamperstraße entsandt. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Anlass für die Auseinandersetzungen sollen die Entscheidungen des Schiedsrichters gewesen sein. Da kein lizenzierter Unparteiischer für das Fußballspiel erschien, einigte man sich vor dem Spiel auf einen Aushilfsschiedsrichter. Nach Zeugenaussagen sei der 24-jährige Spielleiter während des gesamten Spielverlaufs mehrfach verbalen Aggressionen seitens der Zuschauer und Spieler der Heimmannschaft ausgesetzt gewesen. Nach Spielende sei er durch zwei Spieler auch körperlich angegangen und mit Asche beschmissen worden. Als Spieler der Gastmannschaft schlichten wollten, seien auch diese attackiert worden. Die eingesetzten Polizisten nahmen die Personalien von mehreren Beschuldigten und Zeugen auf. Weil ein Schiedsrichter auf dem Sportplatz Klausen, und jetzt geht es um den dritten Fall, von mehreren Zuschauern verbal mit dem Leben bedroht wurde, musste gegen 16.40 Uhr erneut eine Streife an diesem Sonntag einen Fußballplatz anfahren. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Der 32-jährige Schiedsrichter stellte Strafantrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Tor! 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 Kein Tor! Kein Tor! Tor! Und jetzt kommen wir zu unseren Fußballergebnissen unseres FC Remscheid. Das spielt ja in der Landesliga 1 Niederrhein. Und wir haben die Spieltage 4 bis 7 für sie untersucht. Und es ist folgendes passiert. Am Sonntag, dem 15. September, war der vierte Spieltag. Der FC Remscheid spielte zu Hause gegen den VDS Nievenheim. 0 zu 1 verloren. Buh! Wie geht denn sowas? Das kostet uns die Tabellenführung. Sonntag, 22. September, fünfter Spieltag. FC Remscheid spielt wieder zu Hause gegen den Wuppertaler SV 2. 3 zu 2 gewonnen! Jawoll! So muss das sein. Am Sonntag, dem 29. September 2013, war der sechste Spieltag. Der FC Remscheid spielte gegen Thuro Düsseldorf 2. 0 Tore für den Gegner. 5 Tore für uns! Das ist gut! Da muss man noch was üben. Ja, und dann, der letzte Spieltag, das ist wohl der frischeste. Der war am Sonntag, dem 6. Oktober 2013. Das war der siebte Spieltag. Da mussten wir zum VfL Bengard und haben gespielt. 2 zu 1. Wieder verloren. Das kostet uns die Tabellenführung, Jungs! Ihr müsst doch jedes Spiel gewinnen. Ach ja. Ich sage Ihnen mal, wie es steht. Und zwar, der aktuell Stand vom 8. Oktober 2013. Auf Platz 1 ist der Kronenberger SC mit 19 Punkten. Auf Platz 2 der SC Düsseldorf West mit 16 Punkten. Und wir stehen auf Platz 3 mit 15 Punkten. Na, das kann schon noch wieder werden, oder? Zumindest, wenn nicht geboxt wird am Fußballplatz. Wir haben eine gute Meldung. Die Baustelle in der Edelhoffstraße ist verschwunden. Sie können wieder kreuz und quer nach Lust und Laune durch den Hasten fahren. Ist doch schön. Und auf der Freiheitsstraße stehen schon Absperrschilder für Baustellenbereiche. Sind aber noch nicht aufgebaut worden. Könnte durchaus zu Behinderungen auf der Freiheitsstraße kommen. Und hier warnen wir vor den Starrenkästen. Wir warnen vor den neuen Starrenkästen an der Neuenkamperstraße. In beiden Fahrtrichtungen sind sie scharf. Sie besitzen eine Kamera und blitzen auf Teufel komm raus. Pro Stunde zweimal. Und Vorsicht, beide Fahrtrichtungen sind scharf geschaltet. Normalerweise werden sie auf der Solingerstraße, wenn sie in Richtung Remscheid bergauf fahren, nach dieser Kurve vom Radarwagen erwischt. Aber das braucht er nicht mehr tun. Denn die Stadt Remscheid hat im November 2012 den neuen Starrenkasten in Betrieb genommen. Mit einer Doppelkamera drin. Man hat diese Kamera zugegebenerweise sehr gut versteckt im Gebüsch gegenüber der Hausnummer 64. Aber es wird nur einmal pro Stunde geblitzt. Das hat seinen Grund. Denn die Autos fahren generell hier sehr langsam hoch, weil davor ja eine scharfe Kurve kommt. Und davor ist ja auch schon mehrfach Tempo 30 angezeigt worden. Wenn der vordere Autofahrer sehr langsam fährt, dann bildet sich natürlich dahinter eine riesige Schlange. Sollten sie alleine auf der Straße unterwegs sein, ja dann warnen wir vor den Kontaktschleifen. Fahren sie doch einfach drum herum. Wenn es keinen Gegenverkehr gibt, dann haben sie die Möglichkeit nicht geblitzt zu werden. Aber wie gesagt, einmal die Stunde wird hier nur geblitzt. Die Starrenkasten steht da, weil dahinter eine gefährliche Kreuzung kommt. Und die kreuzungenlosen Büchlerstraße, der engsten Straße von Remscheid. Noch ein Tipp zu unserer Scherzempfehlung. Sollten sie hier wirklich gerne 50 fahren und um die Kontaktschleife drum herum fahren, beachten sie, dass es dort eine durchgezogene Linie gibt. Ihnen sollte besser dabei keiner zuschauen, wenn sie da drum herum fahren. Ich darf Sie noch auf unsere Umfrage hinweisen. Auf unserer Homepage unter www.tele-dmw.de können Sie abstimmen, was Sie an unserer Sendung so gut finden. Machen Sie doch einfach mit. Die Programminweise. Im Wuppertaler Fernsehen gibt es zur Zeit immer noch den interessanten Film über die Fernmeldetürme. Warum stehen die da? Wie lange stehen die da? Warum wurde abgerissen? Und wieso sendet der gar nicht? Oder was machen die überhaupt? Interessante Schulung. Hier im Remscheider Fernsehen gibt es natürlich im Anschluss dieser Nachrichten wieder den Film der Woche. Der handelt diesmal um die Remscheider Esskultur. Die war nämlich auf der Allee Straße. Es gab tierische Rabauken, die diese Veranstaltung gestört haben. Wir haben auch untersucht, ob diese Veranstaltung kinderfreundlich war. Wenn Sie die nächste Sendung schauen vom Remscheider Fernsehen, also beim nächsten Mal, gibt es im Film der Woche, das große Tom Astor Konzert, was im Möbelhaus Knappstein stattfand. Wir bedanken uns in diesem Sinne nochmal bei der Frau Schulte Knappstein für die Drehgenehmigungen. Wir verfluchen bestimmt YouTube, weil die unsere Sendung nicht ausstrahlen möchte, weil wir urheberrechtliche Verletzungen machen, weil Tom Astor doch die Urheberrechte für seine Lieder hat. Aber wir werden schon darum kämpfen. Ich verspreche Ihnen, Sie sehen nächstes Mal Tom Astor. Sie können mitsingen. Also, das regeln wir schon. Ja, und zum Sendeschluss. Heute gibt es natürlich auch wieder den Spruch der Woche. Ein bekannter Spruch, der von einem doppelt so blöden Kommentar verfolgt wird. Kommentiert vom Nordseegeist, vom Nordseewind. Und die belgische Küste wurde wieder evakuiert. Wie immer. Ich bedanke mich, freue mich auf Ende Oktober. Dann kommt die nächste Ausgabe, die 157. Bleiben Sie bis dahin gesund. Bleiben Sie ein treue Zuschauer. Und schalten Sie immer wieder ein bei uns, beim Remsteiner Fernsehen Tele-DMW. Bis dahin. Hier ist das Remsteiner Fernsehen Tele-DMW. Ach, stopp, 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 ist ja alles falsch. Warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich habe die ganze Woche Tele-DMW geguckt. Ach, da ist natürlich ein Grund. Ja, weiter so. Sehr gut, sehr gut. Hallo, ich bin die Pippi Langstrumpf. Ich grüße alle Fernsehzuschauer vom Remsteiner Fernsehen Tele-DMW. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr zum Remsteiner Fernsehen. Wussten Sie schon, dass man bei Tele-DMW auch Werbung schalten lassen kann? Rufen Sie uns doch einfach an. Wir machen uns auf den Weg und kommen sofort zu Ihnen. Egal, wo wir gerade sind. Schauen Sie, hier gibt's Aale, Aale, hier einmal für 20 den Aal, einmal für 5 den Bückling, hier dabei den Bückling noch obendrauf, einmal dabei und die Makrele auch nochmal dabei und hier dabei die Makrele. Schaut euch das mal an. Alles muss raus, für den Kleinen raus. Obendrauf lege ich das große Stück Rotwarsch-Schwänzchenfilet auch noch obendrauf. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Damen und Herren. Und das Remsteiner Fernsehen ist das Einzige, was Sie hier gratis bekommen. Herzlich willkommen auf der Allee-Straße und ich wünsche guten Appetit. Heute ist die weitere Ausgabe der Esskultur-Restaurants, die es im Laden nicht mehr ausgehalten haben, weil es so warm ist. Und die sind auf die Straße gegangen. Sie können jetzt hier draußen essen. Zum Beispiel auf der Speisekarte steht ein leckerer Oldtimer. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die Zähne dran ausbeiße. Das würde ich aber an einem Sonntag nicht tun. Die Zahnärzte haben nämlich geschlossen. Wir schauen uns mal um, wir gehen mal los. Die Allee-Straße scheint gut besucht zu sein. Der erste Stand, über den man fällt, ist ein Getränkestand. Und wir gehen weiter. Da gibt es scheinbar nichts zu trinken. Da trinkt wohl einer nur Benzin oder Diesel. Mehr Diesel, denke ich. Ein Mercedes-LKW. Aus alten Zeiten, muss sagen, die Farbe des LKWs, die gibt es heute bei PKWs scheinbar nicht mehr. Scheint eine Grundierung zu sein. Muss man erst anstreichen. Und hier ein VW-Bus. Gar nicht mal so übel. Sieht merkwürdig aus. Lange nicht mehr gesehen. Oh, mit einem Privatzimmerchen drin. Schauen Sie mal. Die ersten haben an den teuren Sitzplätzen schon Platz genommen. Denn wer was essen will, darf sich hinsetzen. Wir schieben uns weiter durch die riesige Menschenmenge. Man kommt kaum dran vorbei. Ach, mal wieder ein Stückchen frei. Und jetzt suchen wir uns mal eine Bude, wo es was zu essen gibt. Interessiert mich, ob wir hier Pommes mit Currywurst kriegen. Oder eine Frikadelle mit Jägersauce. Gibt es das hier überhaupt? Oder hat man das ausgeklammert? Das Bergische Landbier gibt es doch schon lange nicht mehr. Die Fabrik Remscheider Pilsner ist doch schon zig Jahre zu. Eigentlich schade. Wir hatten ein eigenes Bier hier in Remscheid. Aber das ist verdammt lang her. Kam aus der Kieperstraße. So, jetzt geht's zur Sache. Wir wollen mal auf die Speisekarte gucken. Oder direkt die Speisen angucken. Wäre noch viel besser. Wir schieben uns mal an den Leuten vorbei. Was gibt es denn hier? Esskultur? Ja, das ist klar. Da sind wir. Und die Leute sitzen schon. Es geht hier um das Regano. Die stellen sich hier vor. Und die Leute warten scheinbar auf Happa Happa. Ja, aber noch nicht da. Oder Gluck Gluck. So, weiter. Also hier gab es nichts. Nichts zu sehen. Nichts zum Futtern. Nichts zum Probieren. Was haben wir denn da? Ja, wir schauen noch mal. Hinter uns ist die große Menschenmenge geblieben. Ganz schön voll hier. Und ob man da noch jeden Sitzplatz kriegt, sieht nicht so aus. Der Dame wünschen wir guten Appetit. Aber es sind keine Pommes auf dem Teller. Wir gehen besser weiter. Wer hat eigentlich hier seinen Stand aufgebaut? Das ist das Restaurant Esspachtalsperre. Gut. Also keine Pommes hier. Weiter. Oh, weiter ist gar nicht so einfach. Wieder kommt Gegenverkehr. Oh wei, oh wei. Gutes Wetter, viele draußen. Kaffee Kerkhoff bietet wie jedes Jahr den leckeren Kuchen an. Direkt zum Kaufen und Mitnehmen. Aber für ein Mittagessen? Nö. Das ist nichts. Aber lecker. Und das wird serviert in einer kleinen niedlichen Schachtel. Nur Delikatessen. Und die sind nicht ganz billig. Sitzgelegenheiten mal anders. In Schwarz ist auch mal was. Auch hier kann man sitzen, wenn man Platz finden würde. Hier bei Kaffee Kerkhoff. Weiter. Hier gibt es Filet vom Was-Wolfs-Barsch. Das scheint eine Fischbude zu sein. Und die haben ganz tolle Teller. Und das Schützenhaus ist auch hier vertreten. Zusammen mit der Klosterschenke. Die Speisekarte fängt bei 6,50 Euro an. Da kriegt man gerade mal einen Reibekuchen für. Hm. Naja. Wer es möchte. Einen Sitzplatz muss man halt eben mitbezahlen. Ne. So sieht es aus. Und hier habe ich eine Keule gefunden. Und damit die Gäste sich die nicht um die Ohren hauen, haben sie diesen Hirsch, naja, festgebunden. Fixiert. In einer Schelle. Damit das Tier auch nicht abhaut. Kann ja mal passieren, ja. Und das Restaurant heißt La Bodega. Und ich denke mal, wenn einer Hunger hat, kriegt er eine ordentliche Portion davon abgeschnitten. Könnt ihr mir mal ein Personal rausschicken, der das mal vormacht hier. Könnt ihr mir mal ein Personal rausschicken, der das mal vormacht hier. Könnt ihr mir mal ein Personal rausschicken, der das mal vormacht hier. Da war aber noch nicht viel auf dem Teller. Ich sage einfach mal hier, Prost. Hallo, hallo, ja, ja. Zum Wohl, ne. Und dann gehen wir mal weiter. Also, vier Gänge kosten 20 Euro. Also ein Gang 5 Euro. Ich nehme mal an, dass das das Kilometergeld ist, was der Kellner laufen muss. Ne? Na gut, dann nicht. Wir laufen weiter. Nehmen dafür aber kein Geld. Und ich muss sagen, äh, ist hier Feierabend? In der unteren Allee-Straße ist der Hund begraben. In der oberen geht die Post ab. Ist merkwürdig, ne? So, ist das ein Pfannekuchen oder was ist das denn jetzt? Ah, da gibt es wieder was Leckeres. Man sollte wohl mehr auf die Speisekarte gucken, damit man rauskriegt, was das ist. Aufgebaut hat das Restaurant Der Grund hier. Und es sind ganz merkwürdige Speisen. Müssen Sie sich mal durchlesen, was das ist. Na? Was ist es denn? Oh. Das nennt sich Ziegenfrischkäse-Crab. Und so weiter und so weiter. Aber da hinten ist Randale. Die Leute werden nicht in Ruhe gelassen. Viele Rabauken machen richtig Terror. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben den Hundegabend, macht nix. Ja, der wird sich schon. Der Hundegabend, macht nix. Der Hundegabend, macht nix. Der Hundegabend. Die ganze Allee-Straße wurde von den Hunden terrorisiert. Hier ist die Ehrung der Hunde an diesem Stand. Das Hundedebakel von der Allee-Straße, so könnte man auch die ganze Veranstaltung nennen. Eine Ehrungssäule für Hunde. Hier an diesem Restaurant treffen sich alle Hunde und dann gehen sie los und machen quer durch die ganze Veranstaltung Gebell, um die Leute wegzujagen, weil es zu viele sind. Ein super Auftrag für die Hunde. Aber sie würden besser arbeiten, wenn das Leckerchen etwas besser aussehen würde. Das mag doch gar kein Hund, was hier verteilt wird. Wie Sie wissen, habe ich ja eine andere Aufgabe hier. Ich soll herausbekommen, ob es hier für Kinder etwas zu essen gibt, wie Pommes mit Currywurst oder vielleicht sogar eine Jägerfrikadelle. Kann aber auch mit Senf sein. Bisher haben die Stände hier kläglich versagt. Versuchen wir es nochmal bei Romanowski. Und dieses Restaurant bietet Sitzplätze an, aber viel zu wenig. Aber ich kann auch kein Leckerchen für Kinder finden. Hier sind Kinder unglücklich. Auch hier beim Nachbarn gibt es nichts Gescheites für Kinder. Sie mögen es einfach nicht. Die Erwachsenen finden Delikatessen natürlich toll. Und am Spatzenhof hier, da gibt es auch nichts Gescheites für Kinder. Ich muss sagen, diese Veranstaltung ist doch nicht so kinderfreundlich, wie wir dachten. Noch nicht mal ein kleiner Spielplatz wurde aufgebaut. Die Kinder sind traurig. Aber es gibt einen einzigen Stand. Da werden Kinder glücklich. Soll es geben, haben wir gefunden. Es ist die Bude, wo eine Dose Haribo steht. Und da fühlen sich Kinder wohl. Schade, dass es nicht mehr davon gab. Und zum Schluss wie immer der gewohnte Spruch der Woche lautet heute. Ordnung machen ist nicht schwer. Ordnung halten, aber sehr. Frau Ordnung, äh, Frau Nordsee bitte. Oh je, was ist hier eine kurbelige Ordnung? Alles in Ordnung oder was? Immer den Wind. Hier war das Rämscheiner Fernsehen TV-DNB. Bis nächste Woche. Wer mitmachen will, sollte sich bei uns melden unter 017 45678 400. Wer mitmachen will, muss sich inschreiben bei uns unter 01.7-4.567 800 400. Wer mitmachen will, muss sich inschreiben bei uns unter 01.7-4.567 800 400. Wer mitmachen will, sollte sich mit uns melden unter 017 45678 400. Wer mitmachen, kann sich im Znami w ramach 017-4567-800-400. Wir müssen uns die KT-Makistior altında 01 Temmuz, 4 May 6-7, 800-400. Chi vuole partecipare deve registrarsi con noi sotto 01 Luglio, 46 Maggio 7, 800-400.